Das ultimative Anime-Opening erraten. Teil 1. Wir machen es Anime-Opening erraten. Easy. Ja, wir werden mal sehen. Attack on Titan. Was ist das? Sing hi, good morning, Dr. Stone. Oder? Oder? Ich wollte mich gerade nicht blamieren hier. Kein Plan. Kein Plan. Bruder, Schwester. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Okay, also das ist jetzt peinlich. Nein. Ich bin sehr schlecht bei sowas. Ach. Was für ein Fairytale. Ist das Guilty Crone? Nee, nee. Was ist das? Nein, nein. Scheiße, wie peinlich. Yes, Aho. Scheiße. Oh, ein Punch Man. Oh, das war sehr peinlich. Peinlich, ja. Ey. Das ist, äh, wie nennt sich das mit dem Spiel? No Game No Life. Was ist das? Daichi, wofu, äh, Hunter, Hunter. Daichi, wofu, michin. Mmh, 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 mmh. Ich weiß nicht. Irgendwas. Ja, gut. Ich kenn das. Und das hört sich geil an. Ich kannte es nicht. Ich hab das noch nie gehört. Wir haben das Ganze übrigens im Stream aufgenommen und wenn ihr auch mal gerne dabei sein wollt oder auch bei anderen Events, wo wir zocken oder auch mal ein 24 Stunden Stream mit Verlosung machen, dann schaut gerne beim Link in der Beschreibung vorbei. Was ist das? Ich kenn gar nichts. Leute, wir spielen das so lange, bis ich einmal alles hab. Oh, so schönes Anime. Jetzt. Promise Everland, oder? Ja. Oh, so ein geiles Opening. Food Wars, oder? Shougeki no Soma. Gar kein Plan. Madoka. Ja, Leute, also, ähm, hat, übrigens, ich bin nicht so der beste Spieler in so Quizdingern. Also, ich bin auch mal weg. Ich bin so schlecht, auch bei Challenges. Ich verliere jedes Mal. Ich geh mich vergraben. Overlord. Geil. Bah. Genauso wie Voracity. So geil. Aragato von Noragami. Das war doch schon. Oder? Gar kein Plan. Scheiße. Es ist entweder Haikyuu oder Kuroko no Basket. Irgendwas. Ich wusste irgendwas mit Bällen. Es ist nicht an My Hero Academia. Ja. Geil. Wie nennt sich das? Mit dem, äh, 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 an Eis. Juri on Eis. Ja. Another. Ach, so schön. Another geiler Anime. Oh, oh, was ist das? Ah. Leute, äh, erstmal geiles Bild. Solo-Leveling. Hat jemand Geschmack? Den Song kenne ich nicht. Konosuba? Ramanu des Seven Deadly Sins. Easy. Blue Exorcist. Blue Exorcist. So. Death Note. Easy. Ach, Death Note. Gintama. Ha! Zählt noch. Kein Plan. Ah, Jojo. Das hört sich an wie Musik, die ich in meiner Freizeit hören würde. Ja, das ist ein schöner Song. Scheiße. Ranty Girlfriend. Leute, ich bin raus. Was soll ich sagen? Heute ist nicht meine Zeit. Psycho. Ah, Scheiße. Ich kenne es. Ich kann es singen. Geh mal weg. Also erstmal ehrlich. Yoshi, du hast recht. Wenn das easy ist, wie soll ich irgendwas schaffen? Darling in the Franks. Was für Darling in the Franks? So, sorry. Bitum. Bitum. Geiler Anime. Gitty Crone. Easy. Waffen aus Körpern von Frauen ziehen. Ich kenne den. Nicht. Ich schwöre, aber man fühlt sich danach immer so dumm. Man denkt sich, ah, nee, ich wusste es nicht. Peinlich. Geil. Klassiker. Muss man kennen. Nie gehört. Inuyasha. Inuyasha. Oh, okay, das ist peinlich. Mantra. Guten temperatures. Wie geht's. Wie geht's. Du dominier.